Und willkommen zurück, Leute. Wir setzen die Erkundung von Evil Ford. Wir finden einen Schirm hier. Der uns allerdings reichelt. Der uns allerdings kaum etwas bringt. Ich wollte es sagen. Doch Brunzen kann ich gut bewahren. Nicht wachend. So erkunden wir weiter dieses Stand. Und finden einen weiteren Helm. Den wir diesmal aber nicht mehr gebrauchen können. Stattdessen schauen wir einmal auf unsere Karte, wo wir denn überhaupt sind. Stattdessen Stattdessen Ah, customers! You are a welcome sight, lads. Since Scotia moved into the Dark Castle, things in Weyville have been a mite grim. We're glad to see you as well, sir. I can't be selling that now, can I? I can't be selling that now, can I? I can't be selling that now, can I? There is no fooling you, lads, is. Ah, that's a fine arb. I'll take that. You have a good. I'll take that. Good luck, and happy hunting, my friends. Wow. Dies soll der beste Bogen im ganzen Spiel sein. Darum tauschen wir einmal aus. To the wild Kierenarmbruch, behalte sich dennoch. Darum weiß er nie. Schlüssel hoch! Schlüssel? Außerdem mag ich, dass der Bogen Periquine heißt. Denn Periquine ist mein Lieblingscharakter bei Hellerin. Ja, das hat ja viel gebraucht. Hier ist ja überhaupt nichts drin. Ciao. Vielleicht ist er hier wenigstens weit dran. Das sind schon seltsame Häuser, die die Leute hier haben. Die haben ja kaum Fenster. Noch eine Karte. Schöne Karte. Wo sind die anderen Karten? Hier. Wir brauchen nur einen, den wir mal so abnehmen. Und ablegen. Und hier. Untertitelung. BR 2018 Wooh, Chests. Awesome. Oh, that's good. That's good. Ein Stein, damit können wir was schönes machen. Und zwar Gegner anstreifen. If we find a free place in our inventory, it says. We don't need that anymore. Races. Hm. Empty. Hm. Hm. Empty. Wir müssen jetzt erstmal nach Victor. Zu schade, dass man bei den anderen Lens und Nord-Teilen quasi gar nichts mehr über I will hurt. Was mit der Stadt geschehen ist und so weiter. Es ist als wäre sie niemals existent gewesen. Dein Arm. Victor. Victor. There is something you need. You need for sale. You need for sale. Fine. You need for sale. Fine. You need for sale. Fine work. Fine work. You need for sale. UNEET FĒSEL FINE WORK UNEET FĒSEL UNEET FĒSEL UNEETF HAT FINE WORK EXCEPT For RUS sao 200 UNEET FĒS Dann kaufen wir dieses Schwert. Die Axt nehmen wir auch mal mit. Den Deutsch natürlich. Wir nehmen einfach mal alles mit. Man weiß ja nie, wenn man was braucht. Okay. Okay. Den Rest verkaufen wir wieder. There is something you need. Fine work. Except for. That work. Fine work. You need to sell that. Okay, und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Okay. 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 All right.